Mein liebstes Wikipedia-Wort? ESM, Europäischer Stabilitätsmechanismus. Koboldmarkis. Fukushima. U, Lichtfeldkamera. Polymerase-Kettenreaktion. Fußwurzelarthrose. Wusste ich besser Bescheid als mein Hausarzt. Dann ist man bei Fiskalpakt, bei Rettungsschirm und am Ende ist man selber Experte. Kaffeeklatsch. Indigo-Kinder. Aserbaidschan. Ist halt so ein kleines Ding. Social Entrepreneur. Meine Eltern mussten nachschlagen, aber jetzt wissen sie, was ich tue. Ich wusste gleich, dass mein Kind was Besonderes ist. Vor allem hätte die Dimension gar nicht in eine Zeitung gepasst. Wenn ich unterwegs bin, was wissen möchte, möchte ich es sofort wissen. Bevor ich Fachliteratur kaufe, hole ich mir hier erstmal einen großen Überblick. Hat mir beim Studium sehr geholfen. Tut mir leid, mir fällt nichts ein. Ich benutze es jeden Tag. Das ist wie Frühstücken und Zähneputzen. Mal ehrlich, können Sie sich eine Welt ohne Wikipedia vorstellen? Also ich kann das nicht. Wikipedia ist so wichtig für uns alle. Wikipedia hilft uns, wenn wir Informationen brauchen, hilft uns, wenn wir Wissen suchen. Aber Wikipedia ist nicht selbstverständlich. Wikipedia ist getragen von Ehrenamtlichen, aber wir haben Kosten. Für den Betrieb der Webseite, für die Entwicklung der Software, für Programme rund um die Förderung freien Wissens. Ebay nimmt Gebühren. Google und Facebook schalten Werbung. Warum macht das eigentlich Wikipedia nicht? Wir finanzieren uns über Spenden. Leser spenden für Wikipedia. Leser wie Sie. Und deswegen bitte ich Sie heute um Ihre Spende für Wikipedia. Sorgen Sie dafür, dass Wikipedia auch in Zukunft für uns da ist. Seien Sie jetzt für Wikipedia da. Dankeschön. Vielen Dank.